Also ich habe von Leuten gehört, die teilgenommen haben, dass sie es gut fanden, ich weiß aber wirklich nicht, was da passiert ist. Ja, weiß ich nicht. Hingetraut habe ich mich eigentlich noch nicht. Mir ist nur der Name untergekommen. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, was da drin passiert. Für mich ist es Brain Food, eine ganz breite Vielzahl an Themen und super engagierten Menschen. Ein Tag voller Inspiration, voller Lernen, voller Input. Nicht mehr so, wie die Date früher das Image hatte, verstaubt und auf Papier und Plan. Da mag viel stehen. Aber das hier ist das Umsetzen des Ganzen. Das ist halt echt so ein Spirit, den kriegt man, glaube ich, wirklich nur beim DG Camp. Das DG Camp ist eine im Moment noch virtuelle und in kurze hybride Veranstaltung von Wissensträgern, die ihr Wissen teilen. Denn egal zu welchem Thema, das kann Digitalisierung sein, das kann Arbeitsorganisation sein, das kann aber auch psychologische Effekte sein, die das Ganze unterstützen, die sich austauschen, die gemeinsam eine, wie soll ich sagen, menschliche und wertemäßige Grundform reinbringen und die sich um diese Vernetzung von Mensch und Digitalisierung kümmern. Und das macht für mich heute auch den Charme aus Niederlassungssicht aus, dass auch Kanzleien dabei sind, die ihre Praxiseindrücke mitbringen. Und das spielt keine Rolle. Ist das der Kanzleiinhaber? Ist das der Werkstudent? Ist das der Azubi? Die gehen offensiv in den Austausch und wollen auch mal hören, neugierigerweise, wie läuft's denn bei dir? Und was mir bei dem Format des Digicamps besonders gut gefällt, ist das Thema Transparenz. Wir haben bei DATEV mit knapp 9000 Mitarbeitenden eine gewisse Größe erreicht und haben ein durchaus komplexes Produkt- und Angebotsportfolio und kaum jemand ist dabei normalerweise in der Lage, alles zu sehen, geschweige denn zu erfahren oder zu verstehen, was alles bei uns gleichzeitig passiert. Und das Digicamp bietet die Chance, sich über die vielfältigen Themen zu informieren, Fragen zu stellen, zu diskutieren und besonders gefällt mir dabei natürlich, dass Mitarbeitende die Möglichkeit haben, sich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen, mit denen man im Alltag weniger oder kaum oder keine Berührungspunkte hat. Das, was uns ausmacht, kommt da hoch. Das ist ein Für- und Miteinander mit Menschen, die der DATEV zugewandt sind, also die einfach die Genossenschaft und unsere Kundinnen und Unternehmen einfach auch voranbringen wollen und über den Tellerrand gucken wollen. Vor allem über den Tellerrand gucken, das ist so das Thema, was das Digicamp ausmacht, ja. Ja, das Digicamp ist aus meiner Sicht eine Veranstaltung, wo die DATEV mit, sag ich mal, interessierten Menschen in Kontakt geht, um ihre Transformation zu reflektieren. Und ich nehme da für mich immer ganz wichtige Impulse einfach mit raus. Ja, auch wie wir beispielsweise mit Kritik umgehen oder ähnliches. Ja, also wir hatten auch schon Sessions, wo vorher so intern in der DATEV, so manche sich dachten, oh Gott, das Thema können wir doch gar nicht spielen. Und plötzlich hat das innerhalb von unserer eigenen Einheit sozusagen plötzlich eine Gemeinschaft erzeugt, weil da waren Externe mit dabei. Und auch gerade unsere Leute sind da rausgegangen, ich sag mal so ein Stück geflasht, ja, weil plötzlich dadurch ein Miteinander entstanden ist, wo man vorher eigentlich manchmal so eher ein bisschen, naja, ein bisschen gehakelt hat. Was das Digicamp unterscheidet von anderen Veranstaltungen, die wir in der DATEV gemacht haben, das haben wir relativ häufig schon gemacht, aber wir haben das erste Mal beim Digicamp eine Plattform geöffnet für eine Zielgruppe, die noch nicht definiert war. Und wir haben gesagt, wir lassen uns doppelt überraschen. Wir lassen uns einmal überraschen, wer kommt, wer fühlt sich eingeladen zu einer solchen Veranstaltung. Und wir lassen uns auf der anderen Seite überraschen, welche Themen die Menschen, die sich dort treffen, miteinander besprechen wollen. Also, welche Themen sich für eine solche Bereichshierarchie und unternehmensübergreifende Plattform eignen würden. Ich fand eigentlich seit Anfang an den Mut, sozusagen Tickets auch an Externe zu vergeben. Es gibt ja viele Organisationen, die bis heute, wir sind 2023 immer noch kein internes Barcamp haben. Aber dann zu sagen, wir machen nicht nur ein internes Barcamp, sondern schätzen es wert, dass Leute von extern kommen, dass da einfach Impulse von außerhalb mit reinkommen. Klar, man muss in den Sessions ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht geheimhaltungsrelevantes ausplaudert. Aber ich finde, das ist ein großer Mehrwert. Und ich denke, damit übt man auch so die Offenheit, Offenheit für Wissen von außen, Offenheit auch das eigene Wissen zu teilen. Und das habe ich so noch nirgendwo anders erlebt. Wir erleben in diesen zwei, drei Tagen, muss man ja schon fast sagen, mit dem Vorabend, der ganz besonders ist. Also ich sage immer, das muss man erleben, um es zu verstehen. Was Ursula, Tino, Julia, Kerstin, Robert, Carolin, Simon und Florian zum Digicamp in ihren eigenen Worten beschreiben, zeigt bereits, dass es sich um eine Plattform mit einigen Besonderheiten handelt. Seit 2019 bewegt das DATEV Digicamp an zwei Tagen und in insgesamt zwölf Events bereits viele hundert Menschen. Warum? Was erleben Teilnehmende dort und was bringt dieser Ansatz für die Organisation der DATEV und ihre Kunden? Vielleicht ist das Digicamp ein Vorreiterformat, von dem andere Organisationen für ihren Transformations- und Lernprozess profitieren könnten. Vielleicht verbirgt sich dahinter jedoch eine ganz andere Geschichte. Ich möchte genau das herausfinden und darf dazu das Event und das Team Digicamp in der Vorbereitung und Durchführung des 13. Digicamp im November 2023 begleiten. Ein seltener Blick hinter die Kulissen. Denn wie Florian vom Team Digicamp bereits richtigerweise anmerkt… Was für ein wahnsinniger Aufwand dahinter steckt, so eine Veranstaltung zu stimmen. Der ganze Prozess im Hintergrund. Also das ist schon was Großes. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.